willkommen zu unserem neuen video wir waren in kaulak das intro hier wird sehr kurz denn wir waren nur einen tag und eine nacht da haben die hotelangenehmlichkeiten eines strand bungalows genossen und einen schönen sonnenuntergang ganz genau und viel mehr haben wir gar nicht gesehen von kaulak deswegen wir können gar nicht viel sagen wir waren nur eine nacht aber wir zeigen euch die schönen bilder genau tschüss spaß so ihr lieben wir sind angekommen in kaulak wir zeigen euch jetzt das hotel morasean ich hoffe ich spreche es richtig aus bei kaulak wir haben die minibar es gibt freies trinken von wasser und kaffee hier haben wir eine kleine lounge vielleicht könnt ihr hinten erkennen da ist der kuh hier haben wir verschiedene facilities das hier ist unser bitt für die erste nacht ein schreibtisch vorhanden und hier gehen wir ins badezimmer eine sehr große wunderschöne dusche auch mit allen amenities das heißt also es ist alles vorhanden was ihr braucht hier seht ihr die toilette sehr hübsch abgetrennt und dann hier sieht das nicht wunderschön aus ein traum und dazu gibt es noch eine ganz große badewanne und ich werde euch jetzt die welt draußen vor dem bungalow mal näher bringen wir sind direkt am meer ganz die sonne wieder vorne dran einfach immer schön ein so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh mein Gott, der hat aber einige Umdrehungen Uiuiui Ups, komm ich sicher ins Zimmer Hallo aus dem Pool Oh mein Gott ist das Ding Supergut Hier bringt uns keiner mehr weg Naja, bis morgen früh Dann gehen wir zum James Bond Island Geht ihr mit? Ups, am Gedock Es ist unser erster Abend hier in Kaulak Und wir haben jetzt circa halb sieben Ein wunderschöner Tag wird zu Ende Die Sonne versinkt gleich im Meer Und wir wollten euch das unbedingt einmal zeigen Ganz, ganz wenige Touristen sind nur hier Die natürlich auch das gerne aufnehmen möchten Genauso wie auch wir Wir sind von dem Hotel ziemlich begeistert Das Hotelzimmer ist ein Traum Wir haben ein paar Meter nur bis zur Biet Wie ihr sehen könnt Das wird nachher unser Weg sein zum Restaurant Wir nehmen euch dahin natürlich auch noch Bis zum nächsten Mal